Wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Darf ich einmal unterbrechen? Das hört sich sehr geistig an. Aber wir müssen sagen, hier geht es nicht um geistliches Sehen. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen von Radio ZB30, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Die Bibel erklärt. Mein Name ist Rainer Siemens und ich bin Theologie-Dozent hier am Bibelseminar Semter in San Lorenzo. Ich unterrichte Altes Testament, Systematische Theologie und noch einige andere Fächer. Mit mir ist heute wieder Helmut Siemens. Kannst du dich auch vorstellen? Wie gesagt, mein Name ist Helmut Siemens und ich habe heute das Vorrecht, hier mit Rainer Siemens zusammen zu sein. Nebenbei gesagt, er ist mein Sohn und das ist für mich eine Freude, mit ihm gemeinsam diese Sendung zu gestalten. Ich bin Dozent für Theologie am Semter, schon seit vielen Jahren. Ich unterrichte Systematische Theologie, Homönetik, Einführung in die Bibel und verschiedene andere Fächer. Und es ist schön, wieder mit euch zusammen zu sein und über dieses wichtige Thema, auch die Geldtasche Brauchbekehrung, zu sprechen. Ja genau, darum ging es ja schon das letzte Mal. Die Geldtasche braucht auch eine Bekehrung, haben wir beim letzten Mal gemerkt. Da haben wir uns ganz besonders den Text von Malachi 3, die Verse 6 bis 12, angeschaut. Ich würde dich doch gerne einmal bitten, dass du uns da eine Zusammenfassung gibst, von dem, was wir bei der letzten Sendung gesprochen haben. Und Gott hat dort sehr stark und sehr hart zu Judah gesprochen und gesagt, ihr seid betrügered, ihr bestielt mich, ihr beraubt mich. Sie haben gefragt, warum? Weil ihr nicht den Zehnten abgibt. Wir haben gesagt, das war eine schwere wirtschaftliche Situation, aber trotzdem sagt Gott, ich brauche eure Umkehr, ich brauche eure Bekehrung, ich brauche die Bekehrung eurer Geldtasche. Und Geldtasche steht hier einfach nur als Symbol für den Umgang mit Geld. Ich brauche das, ich will das von euch. Und ihr sollt den ganzen Zehnten in meine Scheune bringen, trotz der schwierigen Lage. Am wenigsten in schwierigen Situationen wird am Gottesdienst gespart. Und dann hat Gott gesagt, ihr bringt das und ich mache euch ein Gegenangebot, prüft mich. Und ich werde die Fenster des Himmels auftun, Segen herabschritten bis zum Gehtnichtmehr. Wohlgemerkt, das ist kein Automatismus, das ist kein Text für den Wohlstandsevangelium, aber Gott verspricht Segen. Und ja, er verspricht Segen und wir haben dann auch gesagt, was tun, wenn es wirtschaftlich schwer geht. Bei vielen geht es heute wirtschaftlich schwer. Wir erleben eine schwierige Situation, auch in Paraguay. Und wir haben voriges Mal, vorige Woche gesagt, jetzt erst recht. Das wäre, was Gott von uns hören würde wollen. Jetzt gebe ich erst recht viel. Und dafür sollten wir heute einsteigen, wäre mein Vorschlag. Jetzt erst recht, somit hatten wir beim letzten Mal aufgehört. Das hat ja auch einfach damit zu tun, wenn ich mich recht entsinne, das zeigt, das ist eine Vertrauenshaltung. Ich, auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen, vertraue ich darauf, dass Gott mich versorgen wird. Und deshalb kann ich geben. Deshalb kann ich geben, genau. Weil ich weiß, dass er mich versorgen wird. Genau, daraus kann man keinen Mechanismus machen, wie viele das gerne machen. Wenn ich so und so viel gebe, dann werde ich zehnmal oder hundertmal zurückkriegen. Da kann ich mir irgendwann eine Villa kaufen, aber er wird mich versorgen. Und deshalb kann ich auch jetzt geben, wo wir vielleicht eine Trockenheit haben, wo die letzte Ernte nicht so gut ausgefallen ist, wo wir eine hohe Inflation haben. Das Ganze, Malachi sprach ja vom Zehnten. Heute in diesem Programm wollen wir uns den Zehnten gesamtbiblisch anschauen. Also wir wollen uns gewisse Texte aus dem Alten Testament und gewisse Texte aus dem Neuen Testament anschauen. Wo fangen wir da mal an? Ich möchte das unterstreichen, dass wir bei all dieser Untersuchung in dieser kurzen Zeit immer nur selektiv vorgehen können. Wir können nicht das ganze biblische Bild des Geldes und des Zehntes total ausschöpfen. Und deshalb fangen wir mal an bei 1. Mose Kapitel 14, Vers 20. Da geht es um Abraham. Würdest du das lesen wollen? Also 1. Mose 14, Vers 20. Und Melchisedek sagt da zu Abraham, Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Es heißt hier, und Abraham gab Melchisedek den Zehnten von allem. Wir wissen, dass es hier mehr um die Beute ging. Und manche argumentieren jetzt, ja, Abraham gab ja nur von einem Teil und eigentlich nur von dem, was er erbeutet hatte, gab er Melchisedek den Zehnten. Und das können wir nicht brauchen. Aber ich frage mich dann, woher wusste Abraham überhaupt, dass Melchisedek, der Priester der Gerechtigkeit, den Zehnten bekommen dürfte? Wo wusste Abraham das her? Woher wussten keine Abel, dass man Gott ein Opfer darbringen müsste? Also mir scheint so, dass die Bibel in ihrer zusammenfassenden Schreibweise uns hier auf etwas hinweist, was den Gläubigen der damaligen Zeit bekannt war. Man gab Gott etwas von dem, was man erwirtschaftet hatte. Und wenn wir dann auch mal weitergehen, Abrahams Großsohn, Jakob, der sagt in 1. Mose Kapitel 28, 20 bis 22, unter anderem wie folgt, und ich verspreche dir Gott, wenn du mich aus all diesem Heil herausführen wirst, dann werde ich dir den Zehnten von allem geben, was du mir gibst. Und wir wissen, dass Jakob als ein ganz armer Junge in die Heimat Abrahams kam und dort anfing, bei seinem Onkel zu arbeiten und er versprach, den Zehnten zu geben. Die Bibel sagt nicht, dass er es getan hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass er es getan hat. Aber wiederum, woher wusste Jakob über dieses Prinzip? Der Zehnte scheint also eine Art geistliches Prinzip zu sein, das die ersten Gläubigen des Alten Testamentes von irgendwoher kannten. So würde ich das verstehen. Ohne jetzt eine tiefe Studie darüber gemacht zu haben. Sie haben verstanden, dass Gott ein Teil meines Einkommens gehört. Wie geht es dann weiter mit dem Zehnten im Alten Testament? Dann müssen wir anfangen, in den Büchern Mose zu lesen. Und besonders, wenn es um das Gesetz geht, wo Gott dem Volk Israel ganz klare Anweisungen gab, auch in Bezug auf Geld und Geben. Und da wäre es wichtig, 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30 bis 33 zu lesen. Okay, ich werde das dann lesen. Also 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30 bis 33. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sind dem Herrn heilig. Will aber jemand etwas von seinem Zehnten auslösen, der soll den fünften Teil darüber geben. Und was den ganzen Zehnten von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter den Hirtenstab hindurch geht, soll jeweils das zehnte Tier dem Herrn heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. Man soll es auch nicht vertauschen. Wenn es aber jemand irgendwie vertauscht, so soll es samt dem Vertauschten heilig sein und darf nicht ausgelöst werden. Ja, in diesem Text sind viele enthalten. Aber es geht uns heute um das Prinzip des Zehnten. Dieses Prinzip wird hier im Gesetz für Israel festgelegt. Also so soll es gehandhabt werden. Aber das ist noch nicht alles. Also dies ist nur eine Art des Zehnten. Es ist nur eine Art des Zehnten. Und wenn wir einmal 5. Mose Kapitel 14, 28 bis 29 aufschlagen, da geht es um einen weiteren Zehnten. Willst du das bitte lesen? Also wenn ich dich recht verstehe, dann hatte Israel eine Art Zehnten. Das kam von Ernten und von Rindern und Tieren. Genau. Und die galt dem Stamm Levi und auch den Priestern, die für den Gottesdienst verantwortlich waren. Also es ging darum, um die geistlichen Brüder zu unterhalten, die im Gottesdienst dienten und die den Gottesdienst am Laufen hiebten. Und das war ja eigentlich auch der Zehnte, den Malachi dann reklamiert und sagte, der Zehnte von den Ernten und von den Tieren, der sollte zum Vorratshaus Gottes gebracht werden. Zum Tempel gebracht werden, wo Vorratsspeicher waren. Damit sich die Priester und Leviten versorgen konnten. Und dann sagst du, gibt es noch einen weiteren Zehnten? In 5. Mose Kapitel 14, 28 bis 29. Und ich lese das mal. Nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe hat mit dir und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Man spricht hier vom armen Zehnten. Und der sollte jedes dritte Jahr eingesammelt werden. Wenn wir das mal auf drei Jahre verrechnen, dann sind das 3,333 Prozent pro Jahr mehr. Über den ersten Zehnten, den wir erwähnt haben, weg. Der erste Zehnte sollte jedes Jahr eingesammelt werden? Jedes Jahr, dieses jedes dritte Jahr. Wenn wir das pro Jahr verrechnen, dann wären das 3,333 Prozent mehr. Also ungefähr zwischen 13 und 14 Prozent jedes Jahr soll abgegeben werden. Der eine Zehnte für die Leviten, für die Priester, der andere Zehnte für die Armen. Deshalb der arme Zehnte. Und wenn wir das auf eine Formel bringen wollen, dann sagt uns die Bibel oder das alte Testament, ohne jetzt noch viele andere Stellen zu erwähnen, ohne zu sprechen von den Opfern und den Abgaben und dies und jenes, das Prinzip ist 10 plus. Also nicht einfach nur versuchen, auf 10 Prozent zu kommen, sondern das Prinzip im alten Testament scheint 10 Prozent plus noch einiges mehr zu sein. 10 plus, genau. Das ist nicht etwas Minimalistisches, sondern das ist 10 und mehr. Ich habe auch mal gehört, dass es einen Festzehnten gab. Ja, den habe ich hier in meinem Skript auch erwähnt. Wenn das auch noch dazu kommt, dann kämen wir auf 23 Prozent. Also der Festzehnte, der musste auch dann noch mal jedes Jahr abgegeben werden. Das habe ich in diesem Fall nicht genau untersucht. Aber wenn das auch noch gilt, dann müssten wir auf 23 Prozent kommen. 23,3 Prozent. Und das würde dann diese Formel bestätigen, 10 Prozent plus. Das bestätigt nur wieder die Formel oder das alttestamentliche Prinzip 10 und mehr. Welche geistliche Bedeutung hat das alles? Für uns auch heute vielleicht. Wenn wir das jetzt einmal nur aufs alte Testament begrenzen, dann müssen wir sagen, damit zeigen wir Gott, ihm gehört sowieso alles. Damit, wenn wir diese Zehnten geben, sagen wir Gott, dir gehört alles und als Dank. Ich bin dir so dankbar für das, was du mir schenkst, gebe ich dir das. Oder ich gebe dir das zurück, was dir sowieso gehört. Also das erste geistliche Prinzip ist, ich bin unendlich dankbar für das, was Gott mir anvertraut hat. Und ich gebe noch viel mehr zurück. Und ich gebe noch viel mehr zurück. Und ich gebe da noch mal einen drauf, auch wenn ich schon viel gegeben habe. Und das zweite Prinzip ist, wenn ich das zurückgebe, auch in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten, sage ich, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir. Wir müssen noch mal, wenn wir noch mal zurückdenken an Malachi, es ging da nicht um einen riesig großen Erbschaftsgewinn. Es ging da auch nicht um Aktien und so weiter, sondern es ging darum, um das, was man zum Überleben brauchte. Und damals gab es keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine Absicherung in irgendeiner Form. Und das den Sinn geben in einer solchen Gesellschaft war wirklich ein Glaubnisschritt. Ein Vertrauensschritt. Gott, ich vertraue dir, dass du mich nicht wirst hängen lassen. Also, um das noch mal auseinanderzuteilen. Viele Leute fragen, wenn ich Zehnten gebe, wie berechne ich das? Also, wenn, zum Beispiel, wenn ich Aktien habe in der Firma oder mein Land an Wert dazu gewinnt, das ist nicht hier gemeint. Sondern was hier gemeint ist, scheint doch eher so zu sein, das, was ich mit meinem Kapital erwirtschafte, davon gebe ich 10 oder 20 oder 30 Prozent ab. Ja, das ist genau richtig. Es geht hier um das, was ich mit dem, was ich habe, jedes Jahr erwirtschafte. Und dann ist es noch eine zweite Sache, die ich interessant fand. Wir hatten, du sagtest, damals gab es keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung. Also, wozu waren diese Zehnten dann da? Zum Beispiel, der armen Zehnten war dafür da, um die Armen zu helfen, um die Fremdlinge. Auch der Nicht-Jude, auch der Nicht-Israelit, wenn er in den Grenzen Israels wohnte, sollte er es so gut haben, dass er genug zum Überleben hatte. Und dafür war dieser Zehnte jedes dritte Jahr. Also, damit sagt man auch ganz klar, und damit kommen wir zu einem dritten geistlichen Prinzip im Alten Testament, das ist Solidarität. Mit dem Geben des Zehnten erkläre ich mich solidarisch mit dem Leviten, mit der Witwe, den Weisen, den Weisen, den Fremdlingen und denen, die das nötig haben. Wir haben hier praktisch drei starke geistliche Prinzipien. Erstens, ich bin dankbar, ich vertraue und ich erkläre mich solidarisch mit all denen, die es nicht so gut haben wie ich. Und diese drei geistlichen Prinzipien, die werden durch diese verschiedenen Formen des Zehnten im Alten Testament ausgedrückt. Und mit der Formel, wie du es sagtest, 10 plus. 10 plus, genau. Das hast du ganz richtig auf den Punkt gebracht. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das Neue Testament mit dabei oder ist da was anderes? Ja, wie sieht das Neue Testament das denn jetzt? Meistens wird ja gesagt, das Neue Testament sagt nichts zum Zehnten. Jesus hat den Zehnten eigentlich nicht erwähnt. Das ist nicht ganz richtig. Jesus erwähnt in Matthäus Kapitel 3, 20 und 23, das ist leicht zu gehalten, Matthäus 23, 23, erwähnt er den Zehnten. Und ich bitte, das einmal zu lesen. Moment, ich suche es gerade in meiner Bibel. Du sagtest Matthäus 23, 23. Und da heißt es, oho, ein Wehrwort, eine harte Androhung. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Es ist richtig, wenn jemand jetzt bemerkt, ja, es ist ein wehe Wort an die Pharisäer. Aber für mich beinhaltet das ein paar ganz wichtige Prinzipien. Erstens, Jesus bestätigt den Zinten des Alten Testaments. Er verneint auch nicht, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr kleinlich damit waren, also eigentlich mehr Taten, als sie zu tun brauchten, laut alttestamentlichem Gesetz. Das verneint Jesus Christus absolut nicht. Also er hinterfragt nicht, dass sie den Zehnten auf gewisse Produkte geben. Nein, das hinterfragt er. Das hinterfragt er nicht. Was er hinterfragt ist, was ist deine Haltung? Was machst du mit Recht und Gerechtigkeit und so weiter? Also was er hinterfragt ist, ja, ihr gebt zwar den Zehnten auf gewisse landwirtschaftliche Produkte, vergesst aber, euch um das Recht der vernachlässigten Menschen zu kümmern. Recht, Barmherzigkeit und so weiter. Also das geht, was macht ihr mit den Armen bei euch? Das würde man eigentlich fast sagen, also die hatten zwar, die brachten den Zehnten zum Tempel, Verlachlässigten, aber das, was du den Armen Zehnten nennst. Wahrscheinlich, irgendwas steht dahinter, was hier nicht genau definiert wird, aber vielleicht im Zusammenhang mit dem Alten Testament könnte man sagen, ich möchte da nicht absolut werden, aber höchstwahrscheinlich haben sie Recht verletzt, sie haben, höchstwahrscheinlich haben sie Leute ausgebeutet und sie haben die Barmherzigkeit vergessen und Barmherzigkeit hat ja immer was mit dem Nächsten zu tun. So, also sie haben sich nicht um die Bedürftigen gekümmert und Jesus sagt, tut dies und lasst das andere nicht. Kümmert euch um Recht und Gerechtigkeit, aber lasst das Tintengeben nicht. Und genau den selben Vers finden wir auch in Lukas Kapitel 8 und 12, das ist die Parallele, aber das Neue Testament erwähnt dieses zweimal und wenn wir den griechischen Text studieren, dann ist das ein Imperativ, das ist ein Befehl. Es ist nicht, ihr dürft, ihr könnt vielleicht mal sehen, nein, tut das, tut das, das ist damit ausgesagt. Wenn wir dann weitergehen im Alten Testament, dann landen wir irgendwann bei Paulus und zwar im zweiten Korintherbrief. 2. Korinther, die Kapitel 8 bis 9 sind da sehr, sehr, äh, wie soll ich das sagen, sie, sie vertiefen eigentlich das, was die Haltung Jesu war oder was die Haltung in den Evangelien ist, wird dann nochmal eigentlich vertieft. Man könnte vielleicht auch vielleicht auch anders gesagt, sie nehmen dies mit der Barmherzigkeit und all das nimmt Paulus dann auf und sagt, so sieht das praktisch aus. Also man könnte auch sagen, dass die, einfach die Haltung, die das Alte Testament schon vorgibt, einfach auch noch vertieft. 10 plus, Barmherzigkeit und so weiter. Wo, wo kam, 2. Korinther, Kapitel 9, 6 bis 7, das ist ein sehr interessanter Abschnitt. 9, 6 bis 7, ja, und da sagt Paulus, das aber bedenkt, wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Darf ich einmal unterbrechen? Das hört sich sehr geistig an. Aber wir müssen sagen, hier geht es nicht um geistliches Sehen. Hier geht es um ein anderes Sehen. Also meinen manche Leute, die es sei nur geistlich, also hat, hätte, habe ich jetzt vielleicht nichts mit dem Geldbeutel zu tun. Ja, genau. Dann die nächsten Pferde sagen, womit er es zu tun hat. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ja, und wenn wir den weiteren Kontext in 2. Korinther nehmen, dann geht es hier um die Spende der korinthischen Gemeinde, einer heidnischen Gemeinde, einer sehr reichen Gemeinde. Da geht es um eine Spende für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und da sagt Paulus, bitte nicht sparsam sehen, sondern reichlich sehen. Nicht sparsam geben, sondern reichlich geben. Und, so wie es sich jeder vorgenommen hat, aber wenn das Neue Testament schon mit einem Minimum ankommt, dann ist es meines Erachtens nach richtig zu sagen, dass das Neue Testament nicht unter diesem alttestamentischen Minimum liegen wird, sondern eher mehr, weil es um viel mehr geht als nur um eine Rechenaufgabe. Was heißt das konkret? Das heißt für mich konkret, dass es hier wieder um diese geistliche Grundhaltung geht. Die wir schon aus dem Alten Testament können. Die wir wieder aus dem Alten Testament haben. und es geht hier darum, auch wieder Verantwortung zu übernehmen. Und um vielleicht noch, bevor wir weitergehen, um vielleicht noch ein Beispiel zu zeigen, sollten wir uns 2. Korinther 8, 1-4 lesen. Da wird uns gezeigt, wie die Geberhaltung sein soll für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und da werden die Mazedonier erwähnt. Wenn du das bitte liest, dann werden wir mal was. 2. Korinther 8, Verse 1 bis 1 bis 4. Und ich lese, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude Also sie lebten auch unter Bedrängnis. Hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Sie waren arm. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns, mit vielem Zureden dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Ich glaube, klarer kann es nicht werden. Oder müsste danach erklärt werden. Also die haben sich verschuldet? Eigentlich haben die sich verschuldet. Die haben mehr gegeben, als sie konnten. Vielleicht haben sie sich selbst das vom Mund abgespart und ihren Kindern und ihren Familien sagen, denen in Jerusalem geht es noch schlechter als uns. Wir geben ab. Wenn wir jetzt mal ein paar Tage hungern oder fasten und so weiter, das wird uns nicht umbringen. Aber in Jerusalem, denen geht es noch schlechter als uns. Und damit kommt wieder eine geistliche Grundhaltung zum Ausdruck und die wiederholt sich eigentlich vom Alten Testament. Wenn Paulus dies so schreibt, was will er damit sagen? Alles gehört Gott? Und ich irre Gott, wenn ich das für die Armen in Jerusalem gebe. Gott gehört alles. Und hier ist aber ein Geben nicht im Gesetz verankert, wie im Alten Testament, ab 2. Mose, im Gesetz verankert, sondern hier wird das in der Großzügigkeit Gottes uns gegenüber verankert. Denn in den Texten, 2. Korinther Kapitel 9, wird uns auch gesagt, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Gott ist so großzügig gewesen zu uns, er hat seinen Sohn gegeben zu unserem Heil. Wir können sagen, er hat alles gegeben. 100% hat er gegeben, damit wir die Errettung haben. Und nun spricht er unser Geben an. Aus dieser Verankerung nicht Gesetz, sondern Ehre, weil Gott uns so reich beschenkt hat. Und das Zweite, ich träge damit auch mein Vertrauen aus. Paulus sagte im 2. Korinther Kapitel 9, ganz klar, Gott wird euch das auf seine Art und Weise wieder zurückerstarten. Wieder wohlgemerkt, es geht nicht um einen Automatismus, sondern darum, dass wir Gott vertrauen, er wird uns durchführen und durchtragen, auch in Not Lob und Schwierigkeit. Und hier drücken wir auch das Dritte aus, was wir im Alten Testament gesehen haben. Gott stellt uns in die Gemeinschaft, in die Verantwortung für andere. Die Bibel sagt, oder das Neue Testament sagt uns ganz klar, Galater 6, Vers 10, wir sollen Gutes tun an jedermann, aber vor allem an wen? An den Glaubensgenossen. Und das ist das, was die korinthische Gemeinde tat, was die mazedonischen Gemeinden taten, Gutes tun an den Glaubensgenossen. Und das nicht nur in der eigenen Gemeinde, sondern in der weltweiten Gemeinde. Ich merke, die Zeit läuft uns wieder mal davon, wenn wir über diese hochinteressanten Themen sprechen in der Bibel. Zusammenfassend kann man dann wirklich sagen, also die Bibel hat dieses Prinzip 10% plus. Und das und das zehrt aus der Schrift, das zehrt aus dem tiefen Vertrauen zu Gott. Hast du einen abschließenden Satz? Wir können sagen, Gott fordert uns herauszugeben, weil ihm alles gehört, weil wir ihm vertrauen, weil er uns durchtragen wird. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und und je mehr man gibt, desto fröhlicher wird man dabei und wer hier irgendwo an verengten Herzkranzgefäße leidet, der sollte sich einen Stand einsetzen lassen. Einen geistlichen Stand. Einen geistlichen Stand einsetzen lassen und nicht warten, bis er die Freude hat, sondern auf die Freude hin arbeiten. Wir sollen umkehren vom Falschen geben, wir sollen 10 plus darbringen und wir sollen Gottes Segen empfangen, wie immer er aussieht. Ja, ich danke für das Gespräch. Ich glaube, die Botschaft ist klar. Ich möchte mich dann auch hier verabschieden von allen Hörern und Hörerinnen von Radio ZB30 mit der Botschaft Jetzt erst recht geben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hörerinnen 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 Untertitelung des ZDF, 2020